Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu dem News, die Themen heute. Wie steht Cody denn nun zu der Zerstörung von Triple Hs Thron bei All Elite? Außerdem geht es weiter mit einem Verletzungsupdate auch zu Johnny Gargano und wir haben eine Info zu Neville bzw. Pac, wie es denn jetzt mit ihm und All Elite aussieht. Heute gibt es nochmal einen kleinen Nachtrag zum Money in the Bank Ladder Match und zwar habe ich euch ja gesagt, dass sehr wenig Leute davon informiert wurden, dass Brock Lesnar überhaupt in diesem Match mit dabei sein wird. Jetzt gab es dazu aber nochmal ein Update und zwar wurde den meisten Leuten gesagt, dass Ali dieses Match gewinnen soll, obwohl vorher noch geplant war, dass Drew McIntyre den Money in the Bank Koffer bekommen wird und den Workern in diesem Match wurde gesagt, dass jemand eingreift. Es wurde aber nicht gesagt, wer genau das ist. Also die Leute in dem Match wussten, dass Ali auf die Leiter geht und dann von jemandem dort runtergeworfen wird. Von wem war aber nicht die Rede. Die meisten gingen hier eher davon aus, dass es sich hierbei um Braun Strowman handelt. Wurde dann aber halt Lesnar. Dann ein Update zum Saudi-Arabien-Event und zu den vielen Superstars, die dort nicht mit hinfahren aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ja nun mal die kompletten Damen, denn die werden natürlich alle nicht dabei sein, weil sie es nicht dürfen, laut den Saudi-Arabischen Regeln und Gesetzen. Die bösen Frauen. Sami Zayn darf ja aufgrund seiner syrischen Wurzeln dort nicht hin. Und Kevin Owens hat ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, dass er da nicht mit hinfahren will. Zum einen möchte die Familie nicht so gerne, dass er das macht. Und zum anderen möchte er hier auch Sami Zayn beistehen, mit dem er ja nun mal befreundet ist. Danny Bryan hat ja beim letzten Saudi-Event schon gesagt, dass er nicht mit dabei sein möchte. Wegen diesem ganzen Vorfall, der da mit diesem Reporter war. Und das ist auch jetzt immer noch der Fall. Danny Bryan wird da also auch nicht sein. Und jetzt neu dazu haben wir Alistair Black. Auch dieser wurde aus dieser Show genommen. Denn, klar, er wird momentan bei Snyder noch nicht eingesetzt. Trotzdem hätte man ihn hier bringen können. Aber man hat sich dagegen entschieden, wegen seinen Tattoos. Irgendwas ist immer. Da er teilweise nämlich religiöse Tattoos auf seiner Haut hat, dürfen die natürlich nicht im Saudi-Arabischen Fernsehen oder dort irgendwie gezeigt werden. Und deswegen ist es hier so, dass Alistair Black nicht bei diesem Event teilnehmen darf. Jetzt ist hier allerdings nicht bekannt, ob die Aussage direkt von den Saudis kam. Oder ob sich die WWE selbst dazu entschlossen hat, das jetzt zu machen. Trotzdem wird Alistair Black da auch nicht hinfahren. Dann haben wir heute einiges zu All Elite Wrestling. Zum Beispiel hat Cody Rhodes im Interview bekannt gegeben, dass wenn die endlich ihre Weekly-Show starten im Oktober, dass sie das Ganze zwei Stunden machen wollen, auch live. Und auch jede Woche die Stadt wechseln. Also quasi genauso, wie es die WWE auch macht. Nur halt zwei Stunden, weil Cody sagt, damit kriegen wir das Beste in die Show gepackt. Überziehen nichts und alles ist gut. Außerdem plant All Elite auch ein Drogentest. Wie man es genau machen will, ist zwar noch nicht raus. Aber auch hier werden die Talente natürlich untersucht, ob sie irgendwelche illegalen Substanzen zu sich nehmen. Vor einiger Zeit habe ich hier hier darüber berichtet, dass ein Wrestler vor kurzem im Ring verstorben ist. Und dieser ist ja Silver King. Und hier gab es jetzt einige Infos zu seinem Tod. Und zwar hatte er wirklich einen Herzinfarkt. Und dieser wurde nicht direkt behandelt, weil auch die Refs gar nicht so richtig wussten, was jetzt hier los ist. Und daraufhin ist er verstorben. Es war also kein Einfluss von Alkohol, Drogen oder sonst irgendeiner Substanz. Also er war auch clean. Das kam dann in der Autopsie auch raus. Und dazu sei gesagt, dass der Vater von Silver King, der ja mit 51 Jahren verstorben ist. Und der Vater ist mit 68 Jahren verstorben, auch an einem Herzinfarkt. Der Sohn von Silver King geht aber davon aus, dass wenn die Referees eher reagiert hätten und eher da irgendwelche wiederbelebenden Maßnahmen gestartet hätten, dann hätte man das vielleicht verhindern können. Aber das sind wieder so Sachen, das weiß man nicht. Dann haben wir zwei Verletzungs-Updates, die sehr wichtig für dieses Wochenende sind. Denn es steht NXT TakeOver an. Und dort treten diese beiden an. Und zwar Bobby Fish und Johnny Gargano. Beide hat man in der letzten Show ein bisschen mehr geschont. Und Bobby Fish war wohl so, dass er am 17. Mai eine Verletzung bekommen hat in dem Match gegen Oney Logan und Danny Burch. Und seitdem hat man versucht, ihn ein bisschen zu schonen. Aber auch er soll bis TakeOver wieder komplett fit sein. Denn die Verletzung, die hier war, war wohl eher, so wie es aussieht, eine Art Gehirnerschütterung. Wenn auch nicht allzu schwer. Und bei Johnny Gargano gab es Probleme mit seinem Knie. Und auch hier wurde er geschont und wurde sogar bei Live-Events als Produzent Backstage eingesetzt. Allerdings so schlimm wird es denn doch noch nicht. Das ist ja in der Vergangenheit schon mal passiert, dass Leute, die verletzt sind, die dauerhaft verletzt sind, als Produzenten eingesetzt werden. Wie zum Beispiel Jason Jordan. Allerdings ist das jetzt hier bei Johnny Gargano nicht allzu schlimm. Er wird also bei TakeOver antreten. Wie schwer aber darüber hinaus die Verletzung ist, weiß man nicht. Denn selbst während dieser Verletzung hatte er ja schon Matches bestritten. Naja, aber hoffen wir mal, dass das alles nicht schlimmer wird. Dann gibt es jetzt eine Info darüber, wer denn auf diese völlig bescheuerte Idee kam mit dem 24-7-Titel. Völlig bescheuert muss ich sagen, da ich finde, da man jetzt schon merkt, dass es immer das Gleiche ist. Und das wird demnächst auch auffallen. Denn es wird jetzt nicht zu besseren Matches kommen von Leuten, die sonst nicht eingesetzt werden. Sondern es wird immer nur zu diesen Brawls kommen, wo irgendwer aus Zufall gewinnt und das war's. Also so bringt man Wrestler auch nicht wirklich over. Naja, die Idee kam auf jeden Fall nicht von Vince, sondern vom USA Network. Die machen nämlich Vince extrem Stress wegen den schlechten Einschaltquoten. Denn natürlich sind die Quoten schlecht, kann man die Werbeplätze schlechter verkaufen, somit verdienen alle weniger Geld. So gibt es also quasi von der Werbeindustrie Druck auf die Sender und von den Sendern dann auf die Shows. Und so gab es von dem USA Network immer mal wieder Ideen, was die WWE umsetzen soll, um da irgendwie was zu machen. Diese Ideen waren aber, so heißt es, alle komplett scheiße. Und trotzdem gab es die Aussage, dass man sich für irgendwas entscheiden muss. Dass man quasi dem Sender irgendwas erlaubt, da irgendwie Mitsprachrecht zu haben. Und dann ging man halt mit diesem 24-7-Titel, der also vom USA Network kam. Auch, dass die dritte Stunde ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen soll, kam vom Sender. Und das wird jetzt wohl auch ein bisschen durchgesetzt. Deswegen hat man ja auch diese Titelvergabe oder das Zeigen des Titels von Mick Foley in die dritte Stunde gelegt. Und hat ja von da an alles so ein bisschen geändert. Ich weiß nicht so richtig, was diese Änderung bringen soll. Nur weil ich den Hintergrund schwarz mache, muss ich sagen, bringt jetzt gar nicht so viel. Sascha Banks ist ja momentan in Pause, da sie sich nicht so richtig sicher ist, ob sie jetzt die WWE verlassen will oder auch nicht. Und es scheint, als würde die komplett abdrehen. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen eigenartig. Denn sie hat sich jetzt ihre Unterlippe tätowieren lassen. Auf ihrer Unterlippe steht also jetzt Protect. Okay. Also weiß ich jetzt nicht, was das für ein Statement sein soll. Zuletzt war sie erst an Mitarbeiten beteiligt rund um das WWE 2K Game. Aber wirklich in Ring mäßig oder in den Shows wird sie ja momentan nicht eingesetzt. Dann eine richtig geile Aktion von Mick Foley. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Ashley Massaro ja vor einiger Zeit verstorben ist und eine Tochter hinterließ. Und für diese Tochter wird momentan Geld gesammelt, dass sie dann auch den Rest ihres Lebens bestreiten kann, Ausbildung bekommt und so weiter und so weiter. Und hier ist es halt so, dass Mick Foley jetzt offiziell bekannt gegeben hat, für jeden, der 5000 Dollar spendet, fährt Mick Foley, egal wo es ist in den USA, zu denen nach Hause und guckt mit denen zusammen ein Pay-Per-View. Oder Raw oder Smackdown oder All Elite oder was auch immer sie wollen. Also halt Wrestling zusammen mit Mick Foley für 5000 Dollar. Also ich persönlich finde das eine super geile Aktion von ihm, dass er hier diese ganze Kampagne so krass unterstützt. Und ja, dafür gibt es auf jeden Fall den Win der Woche. Wie sieht es eigentlich mit The Perfect 10, Ty Dillinger aka Sean Spears aus? Dieser war ja bei All Elite's Double or Nothing mit in der Battle Royale. Aber ist er denn jetzt da auch in der Vertrag? Er selbst wurde dazu natürlich im Interview befragt und hat gesagt, dass er nicht offiziell einen Vertrag unterschrieben hat. Dass er aber natürlich sehr gut befreundet ist mit Cody Rhodes. Aber dass er die anderen ganzen Offiziellen noch gar nicht privat kannte. Die hat er jetzt bei diesem Double or Nothing Event kennengelernt und alle verstehen sich auch sehr sehr gut. Kann man also davon ausgehen, dass da demnächst dann auch schriftlich was festgelegt wird. Dass Sean Spears dann weiterhin bei All Elite bleiben wird. Aber für den jetzigen Zeitpunkt hat er noch keinen All Elite Vertrag unterschrieben. Und apropos Double or Nothing. Einige WWE Superstars haben sich auch zu dieser Veranstaltung über Social Media geäußert. Und das sind Xavier Woods, Matt Hardy, Sasha Banks, Bayley und Peyton Royce und Sami Zayn. Diese Leute und auch der andere Ticker hat da irgendwas geliked und sowas. Diese Leute sind also direkt noch bei der WWE und haben hier quasi das Konkurrenzprodukt offiziell angeguckt. Beziehungsweise sich da irgendwie zu geäußert und durchweg positiv, muss man auch mal sagen. Haben also ihren Kollegen hier viel Glück gewünscht im Vornherein. Und haben dann auch gesagt, dass sie zum Beispiel Naomi, habe ich eben noch vergessen. Sie hat nämlich auf einen Twitter-Post von Jim Ross getweetet, dass sie die Show auf jeden Fall genossen hat. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn also ganz zufällig, ja, ganz zufällig, alle diese Leute demnächst vielleicht in den Shows nicht mehr so gut eingesetzt werden, dann wisst ihr warum. Obwohl das ja nun mal alles Leute sind, die sowieso jetzt nicht so krass gut eingesetzt werden. Von daher ist es dem wahrscheinlich dann auch egal. Peyton Royce kann man ja noch dahin irgendwie vertreten, dass ja nun mal Sean Spears, den ich eben schon angesprochen habe, mit ihr zusammen ist. Das heißt, dass sie natürlich da irgendwie involviert ist, wenn es der Freund nun mal ist. Ist ja auch klar. Genauso wie die Sorge jetzt nun mal um Renee Young ziemlich groß ist, da ja Dean Ambrose überraschend bei All Elite aufgetreten ist und das Vince natürlich nicht ganz so geil findet und jetzt halt schon Stimmen im Internet laut werden, die halt ein bisschen Angst haben, dass Renee Young demnächst dann auch von der WWE, vielleicht vom Kommentatorenpult wieder abgezogen wird. Und übrigens, die Lucha Bros haben sich möglicherweise in dem Match gegen die Young Bucks verletzt. Das weiß man zwar momentan noch nicht ganz genau, allerdings wurde ein Match, für das sie danach gebucht waren, gecancelt, wegen einer möglichen Verletzung. Also, ja, nähere Infos haben wir jetzt erstmal nicht dazu. Ja, und dann haben wir bei Double or Nothing gesehen, dass Cody Rhodes mit einem Vorschlaghammer den Thron von Triple H quasi in der Entrance-Stage zerstört hat und das war natürlich ein ganz klares Statement gegen die WWE und Cody wurde dazu natürlich auch befragt, wie er jetzt dazu steht und er meinte, dass er diesen Entrance von Triple H immer ziemlich geil fand und dass er das natürlich als Statement sieht und auch als quasi den ersten Ball rüberwerfen, so, dass vielleicht er darauf hofft, dass die WWE da vielleicht darauf antwortet und man wirklich sich so immer weiter gegenseitig aufbauscht und dann ein kleiner Krieg entsteht. Das ist natürlich in diesem Kosmos hier eine ziemlich interessante Sache. Wir Wrestling-Fans sind natürlich komplett abgegangen, weil das halt ein geiler Moment war, aber, ja, so wirklich scheint die WWE ja, wenn man Raw und SmackDown gesehen hat, nicht darauf einzugehen. Schade. Dann natürlich auch die Frage, was ist jetzt eigentlich mit Pac bzw. Neville und All Elite Wrestling, denn dieser war ja eigentlich vorgesehen, gegen Adam Page bei Double or Nothing anzutreten. Das Match wurde dann aber nicht beim Pay-Per-View gemacht, sondern eher am Vornherein, da gab es die Q-Sieg und so alles, nur ein bisschen durchvorstellend, aber das eigentliche Match fand so nicht statt. Und dazu gab es einige Infos, die ich jetzt mal ein bisschen aufklären muss, denn es ist nicht so, dass Pac, also Neville, ich bleib jetzt mal bei Pac, denn es gab ja hier vorher die Aussage, dass Pac keinen Bock hat, gepinnt zu werden, also halt dieses Match zu verlieren, was natürlich schon ein bisschen unprofessionell ist, aber das Ganze hat ein bisschen anderen Grund. Natürlich ist es der gleiche Grund, aber das kam nicht direkt von Pac. Denn Pac ist ja momentan bei Dragonskate und dort hat er eine extrem krasse Siegesserie und diese soll auch aufrechterhalten werden, solange er bei Dragonskate Champion ist. Und da er ja aktuell noch Champion ist, darf er laut Dragonskate in keiner anderen Promotion verlieren. Und das wäre halt hier möglicherweise passiert. Eigentlich war zwar der Plan, dass er gegen Adam Page gewinnt, danach sollte er aber gegen Kenny Omega antreten, um den Titel und da dann verlieren. Und das geht halt nicht, weil Dragonskate sagt, solange er bei uns Champion ist, wollen wir, dass der gewinnt. Neville genießt bei allen Leuten im All-Elite-Roster sehr hohes Ansehen. Also man sieht das jetzt nicht als irgendwie unprofessionell, denn im Großen und Ganzen kann er da nicht wirklich viel dafür. Und die Aussage von Dragonskate ist halt nicht schön, kann man aber auch irgendwie nachvollziehen, dass ihr Champion natürlich auch groß in anderen Shows gepusht werden soll und nicht, dass er da die ganze Zeit verliert. Und bei denen gewinnt er die ganze Zeit, ist ja auch immer ein bisschen komisch. Nur sagt hier einfach All-Elite, was ich ja auch richtig finde, dass sie dann einfach mit Puck nichts anfangen können. Weil, was willst du mit jemanden, den du nicht verlieren lassen kannst? Das ist halt Booking-mäßig ein bisschen schwierig einzuordnen. Das wäre zwar für die ersten Chance, würde das noch gehen, aber irgendwann muss man sich da mal entscheiden. Und deswegen haben auch zum Beispiel die Young Max gesagt, dass sie hoffen, dass in Zukunft Neville, also Puck, nur für All-Elite antreten wird. Dass sie also mit ihm einen exklusiven Vertrag kriegen können, sodass sie nicht mehr auf andere Promotions angewiesen sind. Ja Freunde, so viel auf jeden Fall dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es denn so ist, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren für weitere Videos. Es gibt natürlich auch noch eine Takeover-Preview. Es gibt einen Takeover-Livestream, der allerdings ein bisschen schwieriger wird. Denn ich bin am Samstag bei der GWF in Berlin gebucht. Und deswegen kann ich am Samstagabend nicht mal einen Kick-Off-Livestream machen. Den habe ich allerdings schon aufgezeichnet. Das heißt, der NXT Takeover-Kick-Off-Stream wird trotzdem auf meinem Twitch-Kanal ausgestrahlt, die Wiederholung. Und die Live-Reaction kommen dann trotzdem. Also ich werde versuchen, bis 1 Uhr morgens, wenn NXT offiziell startet, wieder hier zu sein, damit wir alle zusammen NXT Takeover gucken können. Und natürlich, ich bin also wie gesagt in Berlin. Wenn ihr da auch seid, dann kommt da gerne vorbei. Die Sargeans treten an gegen George Kokas und gegen Pascal Spalter. Das wird also wieder ein sehr schönes Match. Und ja, dann werden wir das auf jeden Fall rocken. Wir sehen uns dann möglicherweise da. Und dann im Livestream natürlich auch. Und am Sonntag ist auch noch ein Livestream mit Days Gone, das große Finale. Also kommt einfach überall vorbei. Checkt das aus. Folgt mir auf Instagram, da findet ihr auf jeden Fall immer alles. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Macht nicht mehr so tolle. Haut rein bis zum nächsten Mal und ciao.